Musik Es ist nicht schwer, mir in den Weg hinzudrechen. Noch leichter wär's gewesen, ihr schießen zu lassen. Warum haben Sie es nicht getan? Wir liquidieren nicht einfach unsere Feinde. Haben Sie noch immer nicht begriffen, warum Sie hier sind? Diese dummen Verbrechen interessieren uns nicht. Nur der Gedanke ist uns wichtig. Das Gift in Ihrem Kopf. Ich kann mich nicht ändern. Ich bin ein Feind. Schließen Sie mich. Sie sind krank. Sehr krank. Wie würden Sie heilen? Wir bemächtigen uns Ihre geheimsten Gedanken. Wir folgen Sie um. Wir bringen alles Böse und allen Willenglauben aus Ihnen heraus. Wir ziehen Sie auf unsere Seite. Nicht nur dem Anschein nach, sondern tatsächlich. Mit Herz und Seele. Sie werden sich da werfen. Freiwillig. Und aus innerstem Antrieb. Bedingungslos. Das kann ich nicht. Nie wieder werden Sie der Liebe, der Freundschaft, der Lebensfreude fähig sein. Sie werden vergessen, was Move oder Lauterkeit ist. Wir werden Sie leer pressen und dann mit unseren Gedanken gut führen. Sie werden frei sein.